Äh, es ist aufregend, oder? Mhm. Wir haben noch nie miteinander gespielt, glaub ich, oder? Nein, noch nie. Ich konnt's nicht abwarten. Warum eigentlich nicht? Ich hab nicht so Bock gehabt auf Solo gegen Trio, glaub ich. Ach so. Ach so. War das jetzt ein Front? Ich hab's nicht verstanden, tut mir leid. Ne, wir gehen jetzt nicht fädel, oder? Mann, jetzt hab ich... Ich glaub schon. Ja, da muss ich schon mal hingehen, wenn ich wirklich spiele. Ja, und ich bin immer mit Trimax, Alter. Und immer in diesem Sch*** Wald, Junge. Trimax, ewig Gewaltkiste. Und dann rennt er ins Feld und... Das war's. Und dann bleibt er da erstmal... Dann bleibt er da erstmal... Ich bin Feldspieler, ich mach das jetzt ganz clever. Ich mach's ganz clever. Ja, hier ist einer, ja. Der ist damit vorbei. Wenn der zum Revive-Van geht, dann hol ich ihn, dann hol ich ihn. Dann macht er aber nichts. Dann sitzt er da rum. Nice, Alter. Mit seinem Fisch-Skin, Junge. Ich bin oben bei der Drohne gelandet. Redet über Feldspieler und ist direkt am Feld, ja moin. Irgendwo muss ich ja meinen Loot herbekommen. Hm, keine Waffe gerade, Jungs. Ist ja nice, danke dir. Du spielst auch Konsole, ne? Jo. Also, Controller, ne? Controller on PC. Oben auf jeden Fall Spieler, ne? Ja. Ich glaube, die sind sogar noch auf dem Dachboden. Gehen wir zusammen hoch? Communication is on point. Warte, ich komme. Hab ihn. Schon mehr Shotgun kam, oder brauchst du noch eine? Ich hab diese dreckige Drum Shotgun, aber in blau. Die ist richtig räudig, oder? Ja. Ah, hier ist ne Famm. Oh ja, die Famm nehm ich. Vorne ist jemand gelandet. Ist doch so gelaufen in dem Winkel, dass es sein Achtbruch ist. Und ich geb ihm noch Shots, oder was? Und der überlegt was. Ich wollte gerade sagen, er kann nicht mehr viel gehabt haben. Das war worth. Ja, drei. Also, bin jetzt heute nicht so gut. Also, sonst schon. Aber heute... Warte. Ich seh' nicht. Zirka diese S***felder. Ja, auch an den Automaten hier entfällt das Shoutout. Zweimal Impulses und dann noch ne heutige Waffe. Oh. Und meinst, ich bin hier safe, Kamu? Ja, oder? Ich bin hier safe, oder? Wo ich gerade stehe. Hier müsst ihr safe sein, oder? Hier bin ich safe. Da sieht mich halt echt keiner. Oh lol. Ich mach Shotgun-Money. Gib mir Shotgun-Money. Sagst du auch bitte? Okay, meine Waffe. Wollen wir aus der Tone weiter rauslegen? Ich denk immer da, bei diesem Plakat, dass sich bewegt, dass da irgendwo gerade was gebaut wurde, dass du aus dem Augenwinkel. Vielleicht geht einer eh auf den Ring und ich krieg den Laser des Todes. Ich seh's schon. Den hab ich hier, den Kollegen. Der hat einen Schreiber. Kamu, einer auf dem Weg zu dir, der hat drei Shield-Hits. Okay. Ich hab zwei Leggis. Der hat auf dem Shield-Hit ready. Zwei Shield-Hits. Drei Shield-Hits. Einer da. Einer da. Einer da. Einer da. Oh mein Gott. Von wo? Aus der Zone raus? Oh mein Gott. Von vorne, von vorne, von vorne, von vorne. Sescourt Jumphead, Jungs. Ich muss die jetzt. Digga, ich lande da noch außerhalb der Zone. Ich bot. Oh no. Nein, ich hab wieder den falschen Knopf zum Resetten gedrückt, Digga. Ach man. Alter, beide low. Die habt ihr. Mann, ich wollte wieder mit R3 reset. Digga, oh mein Gott. Oh mein Gott. Er spielt auch Controller. Ich hab einen kompletten Laser kassiert. Ich war komplett down. Zieh durch, zieh durch. Und er ist full. Ich halte hier dich. Mir ist auch noch ein Team gelandet. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Dieses Mad-Kit schmeckt, Junge. Kamo, komplett Geisteskrank. Komplett Geisteskrank. Das war komplett eine Geisteskrank-Idee, wirklich. Ja, ist mir egal. Ich weiß nicht, in welchem Szenario das funktioniert haben sollte. Schnell. Wir kommen hinterher. Wir nimmst alle Minimates. Boah. Nein. Du kannst noch Revi holen. Stimmt, ich kann Revi noch holen. Revi, wir machen das zusammen. Mein Ziel ist, die Runde zu gewinnen, dich jetzt wieder zu holen. Auf Ehre, sagst du? Na komm, ich brauch's im letzten Fall wann auch nicht. Klingt ja eigentlich nichts, oder? Ja, der ist doch gerade auf dich. Der weiß nicht, was ich vorhab. Nö, nö. Ich glaub auch. Ja. Digga, Jonas ist richtig schon unterwegs gerade. Die WM-Qualifier, die hab ich gedodged. Ganz unauffällig. Ich nehme ihn nur noch 4. Ich snipe werde. Ja, jetzt gleich steht nämlich gleich das 6 Leben. Und dann sind die alle ganz überrascht. Alter, und das sind die Moves, das sind die Moves, Digga. Einer kommt, der kommt. Revi, du hast noch Spawnschutz. Ja, einen Hit hat er bekommen. Lecker. Es bleibt immer noch da an dem E-Mod über euch. Oh, einer hat 93er von mir bekommen. Wo ist der? Vielleicht bei mir. Revi hat High Ground. Hab ihn. Alter, nein. Alter, du Maschine. Kommt, da kommt die Winstreak. Sind das zwei Spieler oder ist das einer? Da vorne nur mit dem Weitgeber. Es war nur einer. Ach so. Oh, ich dachte, ich hatte drei gefunden. Hm. Pff. Junge, gib dir ernst zu machen. Hu! Du musst ja snipen, das ist wichtig. Du musst hitten. Wie der Bender stand, Digga. Echt? Holy shit, let's go. Weiter den Schwanz runter. Ich hab keine Mets. 100 Mets, ja. Ich bin down. Nice, dear. Alter, let's go. Stark, Junge. Ja, voll. Spiel den L denn zu, ey. So, was brauch ich jetzt? Ich glaub, ich hab mir eben echt beim Fortnite-Spiel die Schulter gebrochen, wa? Ich bin einfach ausgerastet und hab mir die Schulter gebrochen. Ich hab meine Schulter am Tisch gelegt und bin selber draufgetreten. So, ich dachte, du jetzt einmal 90s-Geflex hast. Ähm, ne, 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 ich kann keine 90s. Wenn ihr schon so OG-Skins spielt, dann brauch ich auch irgendeine, aber ich hab keine. Wir können einfach die hässlichste Skins spielen, die wir haben. Deiner ist aber auch so, er ist so belastet, wenn man ihm ins Gesicht schaut, ihm tut's richtig weh, in diesem Ding drin zu stecken, in diesem Kostüm. Junge, guck dir diese Squad an. Gehen wir Paradise. Okay, aber dann alle, alle auf dem Dach oben beim Motel. Also alle vier oben drauf. Wenn jemand ist, alle auf den Dach mit Pickaxx, okay? Okay, machen wir. Das wären solche Random-Runden, Alter. Okay. Okay, ich bin bei der Crystal. Ich bin da richtig rumhacken jetzt. Also ich hol den mit der Waffe, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Slowed. Wir haben gesehen, das ist ein richtiges. Wir geben da alle vier zusammen direkt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wir machen ein richtiges Squad. Hier hackt noch jemand. Hier hackt noch jemand. Ich hab einen Down von mir. Nein, ich hab einen Down von mir. Nein, ich hab einen Down von mir. Oh mein Gott, Digga. Einer bleibt ein paar Achter jetzt. Ich hab nur sechs Schuss. Schaffst du das, Baby? Oh mein Gott, er ist low, er ist low, er ist ultra low, er ist u low. Er ist u low, wirklich. Er hat nicht mehr viel. Hier ist dein AR mit dem Schuss. Komm, den willst du mir nicht geben, oder? Kappa. Okay, dann. Ich bin retard. Teilen, teilen. Nur einen im Review. Ich hab 14 Mats. Dann hau mal ein bisschen was hier. Alle auf ihn drauf, alle auf ihn drauf, alle auf ihn drauf. Wo ist der? Ja, 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 ja. Das ist ja nur einer. Wollen wir ihn hacken, wollen wir ihn hacken? Okay, der gab mir erst einen Hatschepriegen. Nee, nee, nee. Pass doch auf. Spray den einfach, spray den. Oh. Der Hammer. Der Tiger hat so kein Wort mehr. Von vier Fans gepusht. Mach mal auf neun Taison mit Skybase und Redupe und wir haben den Winstreak heißer, dass wir anderen den Win besorgen, oder? Mhh, da ist das falsch wahrscheinlich. Ach so. Oder was? Hier, 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 hier. Der ist halt einer. Der ist halt einer. Okay, alle drauf. Hacken, hacken, hacken. Einer, hast du den Windkanal auf rechts? Digga, ich hab noch nie so schnell meine Mats. Alles weg, alles weg. Ich kill ihn. Alles weg. Eine Sekunde, alles gejoinkt. Eine Sekunde. Knallhart. Hier kommt was. Hier sind noch zwei andere unter der Brücke hier. Die haben hier einen Red Run gebaut. Digga, kannst du das bitte editieren? Pumpt euch voll, dann lasst mal ein paar Sixer rein schöptern. Ach Bruder, es wird Zeit, oder? Auf jeden Fall End Retard mit irgendwelchen seltsamen Emotes bitte dazu. Okay, das war's schon. War aber geil. War eine geile Zeit. Ich hab noch nie so viel Spaß auf der Portland Party, wirklich. Lass sie reinkommen, lass sie reinkommen. Lass sie reinkommen, lass sie reinkommen. Fresse nicht. Revi, Revi, geh da rein. Digga, ein Kill. Lass sie, lass sie. Lass sie, lass sie, geh weg. Er kommt jetzt nicht hoch. Ja, jetzt hat er den Kegel gerochen. Komm, er kämpft hier. Werft das Ding, wir spenden ihn ein. Naja, nein, warte. Lass ihn doch giften, oder? Nix giften. Richtiger Kernassi, nix giften. Hab ihn, hab ihn. Hab ihn auch, hab ihn auch. Du gehst nirgendwo hin, ist doch klar. Ich halt ihn. Oh, Digga, wir sind so gemein. Das ist das asozialste, Digga. Das ist das asozialste, was wir jemals gesehen haben. Junge, der wieder überlebt hat, ey. Wieso hast du so viel Leben, Digga? Digga. Das ist straight up schlimmer als Mobbing auf Schule, was wir gerade gemacht haben. Wirklich, Digga. Der Junge wird richtige Albträume bekommen, ehrlich. Looten kann ich gut. Karma, aber der Rest läuft nicht. Komm rein da. Da, ich einfach noch 70 Punkte. Sorry dir dafür. Ich will loot so schnell weg, ich kann nicht so schnell scheißen. Da kommt einer. Er geht drunter. Er geht drunter. Hab einen down. Ich hab halt aus Reflex irgendwie direkt auf. Danke, danke. Rein in ne Masse. Rein noch, rein noch. Schneemann und Kierig, Aschenglechter. Boah! Das ist, das, und das war, das war, das war, das war. Woa! Woa! Also Digga, ich hab alles kassiert, aber keinen Kill bekommen. Und das mal wieder, das war wieder mein Bra-Moment heute. Hey, das ist meins. Ich steh da nur drauf, lass mich doch bitte. Lass mich doch bitte. Junge. Wie ist das? Das geht ja auch, wie das aussieht. Mit den Pylasten. Oh, Kamo ist auch im Fight. Ach, Kamo sagt wieder gar nichts, wenn der alle killen will, Digga. Nein! Revi! Ah, wer ist das? Ich. Editor. Bro! Ich kann nicht. Shotgun ammo? Revi, kannst du bitte mal ne andere Shotgun aufheben, damit du nicht die ganze Zeit nach Shotgun aufkackst. Ich hab schon ne andere. Die ist super. Der braucht gar keine ammo mehr. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ey, Digga. Gehen, Digga. Soll ich nicht? Er ist hier. Leer ist, alter. Ja, jetzt frei. Junge. Ja, das ist perfekt. Ja, 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 ja. Junge, ich bin sehr eklig. Boah, der war ganz knapp von mir. Kommt hier auf den Berg und lass dich abwarten. Peace. Du ziehst, hast du oder brauchst du? Du brauchst bei mir auf? Lul. Ja, ich hab ja erst der 20er mit der Pump gegeben. Stay hydrated, guys. Ihr habt's gehört, ja? Mein *** ist so nass. Geil. Leute, ist das nur bei mir so? Das schmeckt das Leitungswasser grad bei euch irgendwie auch ein bisschen komisch. So, ne, das sind die ganzen Hormone im Leitungswasser, Digga. Du musst dich nicht wundern, wenn die später wachsen. Können wir jetzt bitte alle um so ein Nose gehen rumstellen und das machen? Warte. So droppen. Droppen wir. Der wird uns gleich richtig Shelling geben, Digga. Der wird uns Heavy Sniper No Scope ins Gesicht. Komm mal hoch, hier. Keller-Chiller. Let's go. Lass mal hier vorne pushen. Die sind doch noch welche im Kellerhaus? Nein, egal. Lass die mal. Die sind da gefangen gehalten. Von ihrem Großvater. Oh mein Gott, der gibt mir One Pump, Digga. Der gibt mir One Pump. Kommt da noch einer? Meine Karte ist gleich weg, Jungs. Kein geschehen. Ah ja. Ich will jetzt nicht fragen, Jungs, aber... Nein. Okay, krass. Wow. Krass, wenn du nicht willst. Das ist... Eigentlich andere auch noch, Alter. Digga, ich mach damit den ab. Why? Why? Why are you running? Nein. Hier, den 120, Digga. Och Maaann, Junge. Iiiiih. Penny Baller, lol. Was? Was? Hat der Baller dich gerade geholt? Nein, das Ausgestiegen hat mich aufgeschossen. Hä, da war aber noch einer im Baller drin. Da waren ja zwei Leute. Kann keiner mehr im Baller holen, Redi. Ne, natürlich kriegst du Schaden, wenn der Baller auf dich titscht. Auf jeden Fall hat er mich aufgeschossen mit seiner AK. Ja. Ich glaub nicht. Nein. Ich bin immer letzter, ich bin immer letzter, ich bin immer letzter. Alle bei mir hinten. Oh mein Gott, Digga, bei mir einen, ich hab ihn nicht gehört, Junge. Rock jetzt zu. Ach, Mann, feier den Letzten, Bro. Der Arme. Stark, Jungs. Vierer Windstreak, EBA. Und damit bin ich für heute raus, meine Freunde. Bis die Tage. Auf Wiedersehen. Bis dann, Auge. Direkt rauskicken. Tschüss.